Diese Woche widmen wir uns Joghurt, Quark und anderen Molkereiprodukten. Der Serdar Hess zum Beispiel hat sich mit seinem Betrieb mitten im Basel einen grossen Traum erfüllt. Und der Fritz Schneider aus Meierskappel hat mit der Verarbeitung von Büffelmilch seinem Betrieb wieder auf die Beine helfen nach einer Krise. Das sind nur zwei Beispiele von insgesamt elf regionalen Produzenten, die wir besucht haben. In Ihrer Coop-Zeitung finden Sie das Portrait des Produzenten, der in Ihrer Region produziert. Die anderen Porträte finden Sie im Internet unter www.coopzeit.ch Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und einen guten bei Ihrem nächsten Joghurt.